So, Willkommen zurück bei Let's Play Mario Hex. Heute Super Mario Bros. oder Super Mario in Bozo Last End. Okay, dann lass mal loslegen. Und ich werde schon großzestellt, natürlich nett. Once again, Peach is kidnapped by Bozo, the Super Mario Bros. decide to destroy Bozo once for all. Peach wurde wieder, wie immer, gekidnappt und Mario hat sich dazu entschieden, Bozo für immer zu zerstören. Okay, Mario Space. Bam, MK. TMK? T? Keine Ahnung. M? Warum M? Ach, keine Ahnung. So, Midnight Plateau Nummer 1. Okay. Oh, what? Ich bekomme gleich ein Cape. Echt jetzt? Da ist noch ein zweites. Okay, ähm, sag ich nicht nein. What the fuck? Naja, wurscht. Moment. Hups. Oh, Midway Point wahrscheinlich. Cool. Oh Gott. Okay. Okay. Wow. Oh wow, Sprite Limit. Noch ein Stern. Okay, cool. Das war ja ein wirklich, wirklich schöner Start. Muss ich sagen. Das war echt ein schöner Start. Wow. Bin ich anders von mir gewohnt? Dann Midnight Plateau 2. Okay. Und ich mag, dass es wieder ins Level geht mit den Pies. Blumen. Und, äh, ja, komm. Shy Guys. Und. What? What? Ich kann die einfach so nehmen. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Kann ich das mit denen auch? Komm mal her. Binchen oder was auch immer. Du. Ach. Ja. Okay, ein Pieswitch. Eine Türe. Okay. Wow. Okay, nur ein paar Münzen. Alles klar. Sonst nicht weiter interessant. Okay, alles klar. Ich wollte es nur mal testen. Gut. Alles klar. Ja, ich kann ihn tatsächlich auch nehmen. Das ist ja mal echt ein Mittelfein. Schätzungsweise nach links. Das sind also komplett die, äh, Mario Sounds von Super Mario Bros. 2. Komplett. Auch, dass man die nehmen kann, finde ich super. Ah, das war ja irgendwie klar, oder? Oh mein Gott. Nein! Okay. Okay. Und, klopp. Was ist hier das Ziel? Was erwarten die von mir? Okay. Eine Türe. Gut. Gürtel! Oh mein Gott! Voll reingehäpft. Nein, egal. Gürtel! Hängen! Oh yeah, baby! Cooler Zwischenboss. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut mit dem ganzen Super Mario Bros. 2-Zeug so. Dass man die aufheben kann. Auch die Idee mit den Türen natürlich. Midnight Plateau 3. Jetzt weiß ich wieder wie die Scheißviecher da oben heißen. Lucky. Oh mein Gott. Lucky 2, den ich nicht töten kann. Oh Gott. Oh shit. Ich dachte, der Panzer verpisst sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war so viel. Okay. Und dann nur so ein Scheiß. Oh wow, ich kann jetzt tatsächlich rein. Ach, ein Leben. Aber die Musik ist cool. Okay. So. Hoffentlich ist es kurz vor dem Ziel. Oh mein Gott. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Komm wieder her. Ah. Hier gibt es bestimmt was Tolles. Nein, da gibt es nicht einen Pilz, den ich gleich wieder fast verloren hätte. Wow. Okay, Mittelbein. Und eine Blume. Hey. Oh Gott. So ist es schon. Da war ich selber schuld. Da war ich selber schuld. Fies ist sowas. Sehr fies. Okay. Das ist echt nett. Oh wow. Ich dachte, der kommt her und ich kann auf dem sein Kopf springen. Und Level 3 fertig. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal in die Midnight Fortress. Und da ist ein Yoshi-Zeichen hinten dran. Was auch immer das bedeutet. Yoshi-Coins heißt es. Wo kann Yoshi-Coins finden? Okay. Oh, der Dragon-Coins. Oh, und Outer Scroll. Okay. Rips. Good. Good. Sehr gut. Und die Palette der Froms gefällt mir ziemlich gut mit dem Stirnband. Nein. Verdammt nochmal. Dumme Magic-Cooper. Stirb. Midway-Cooper. Und Boss-Kampf. Jawohl. Nee. Okay. Oh wow. Der macht nix, oder? Der macht nix, oder? Dann wären wir schon mal fertig mit der ersten Insel, sozusagen, oder halt in Erschmtheim. Aber jetzt geht es direkt in die Sternenwelt. Okay. Was hast du mir zu sagen? Was hast du mir zu sagen? We must like you to not longer pledge to the land of Midnight-Clatoon. Thanks to the fort of the Super Mario Bros. They now continue their quest to defeat Bowser once for all. Ja. Okay. So. Sternenportal. Flötenmelodie. Oh cool. Flötenmelodie. Mushroom City 1. What the fuck? Oh wow. Hätte ich gewartet, hätte ich vielleicht noch was anderes bekommen. Eine Blume. Das wäre eigentlich... Ah, das war klar. Irgendwie war das so klar. Ich wollte schon links rüber, aber... Und da fahre ich wieder raus aus dem Himmel. Okay, cool. Machen wir es einfach mal so... So, ich will da runterfallen. Oh mein Gott. Ich kann da nicht einfach irgendwo einfach so runterfallen. Nö, ich muss halt eben lenken und so ein Scheiß. Okay, aber hier sieht es aus, als wäre es das Ende. Jawohl. Sehr schön. Gut. Mushroom City 2. Oh ja. Sieht wirklich so aus, als wäre ich in der Stadt. Ist natürlich schon cool. Gleich zwei Power-Ups. Gefällt mir. Oh, bitte kein Wasserlevel. BITTE KEIN Wasserlevel. Okay. Meine Wünsche würden nicht erhört. Wow, der ist ein Gesicht von dem Fisch. Boah, Double Kill. Triple Kill. Oh, Blooper, lass mich. Bitte. Oh Gott. Lass mich. Bitte. Das ist ein Gesicht von dem Fisch. Okay. Oh Gott. Oh Mann, Bro. Was soll denn das? Aber, ah, jetzt kommt da natürlich an, das ist ein Charlie. Und Stride Limit. Und Stride Limit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, danke, Spiel. Und tschüss. Und tschüss. Sehr, 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 sehr schön. Oh, da war ein Mond. Da hinten. Ah, stimmt. Wo bin ich denn da? Okay. Okay. Menschen dem Mord. Wahrscheinlich Französisch für Menschen ist ja so ein Haus oder so. Des Mordes. Was ist das? Ist ein Scheißdreck. Okay, Tür Nummer 1 für Füffe falsch. Oben ist eine Tür und hier ist eine Tür. Schon. Okay, die ist auf jeden Fall ganz falsch. Ist da sonst noch eine Türe? Ja, da ist noch eine Türe. Die führt mich zu ein paar Münzen und das ist auch schon alles. Okay. Aber ich habe ein Cape oder halt so ein Blatt. Dann schauen wir mal da hoch. Rups. Okay, das scheint mir richtig zu sein. Ah, ja. Oh, Mann. Okay. Huhu, Kampf. Naja, der ist jetzt nicht so schwer. Ich könnte nur runterfallen, aber... Ich brauche halt nicht mehr Self-Sales für den. Wenn es nur drei Blöcke wären oder vier, wie ein Kaiser. Das wäre natürlich schon ein bisschen geil. Das hat mir sehr gefallen. Und der nächste Tod. Und der nächste Tod. Gut. Dann mache ich noch Mushroom City 3. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie fies. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, mache ich doch nicht mal Shush-Sales für die drei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau hier. Bis dann.